My Hero Academia legt eine kurze Pause ein, Kaiju No. 8 erhält eine Anime-Fortsetzung, der Rom-Com-Manga Bad Girl erhält eine Anime-Adoption und viele weitere interessante Themen erwarten euch heute. Mein Name ist Stefan, der immer noch gerade im Urlaub ist und das hier sind die Otaku-News. Lasst uns loslegen! Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Umsetzung von My Hero Academia wurde verkündet, dass die siebte Staffel nach der am gestrigen Samstag ausgestrahlten Episode eine kurze Pause einlegen wird. Am nächsten Samstag, dem 6. Juli, wird demzufolge keine neue Folge der Shonen-Serie ausgestrahlt. Die zehnte Episode der siebten Staffel, welche den Beginn des zweiten Curse markiert, erscheint am 13. Juli. Diese Pause war zuvor bereits geplant und stellt somit keine Unterbrechung aufgrund etwaiger Produktionsprobleme dar. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Kaiju No. 8 wurde verkündet, dass die Serie eine Fortsetzung erhalten wird. Allerdings wurde bislang nicht verraten, ob es sich bei der Fortsetzung um eine zweite Staffel einen Film oder ein OVA-Projekt handelt. Auch ein Termin für die Veröffentlichung steht noch aus. Wir halten euch natürlich wie gewohnt über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden. Also abonniert unseren Kanal jetzt, drückt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Die zwölfteilige erste Staffel, welche von April bis zum gestrigen Samstag im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, entstand unter der Regie von Shigeyuki Miya und Tomomi Kamiya im Studio Production IG. Crunchyol, welche auch die Fortsetzung veröffentlichen werden, hat die Ausstrahlung mit einem Simu-Cast im japanischen Originalton natürlich mit deutschen Untertiteln begleitet. Die nächste Episode mit deutscher Synchronisation soll voraussichtlich nach einer Pause am 6. Juli erscheinen. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Summer Pockets wurden erste Details zur kommenden TV-Serie sowie ein erstes Teaser-Video enthüllt. Der Summer Pockets-Anime, welcher eine Adoption der gleichnamigen originalen Visual Novel vom Entwicklerstudio Kei ist, entsteht demnach unter der Regie von Tomoki Kobayashi im Studio Field. Keiichiro Ochi übernimmt die Serienkomposition, wenn Maio Tsuka das Charakterdesign erstellt. Die Musik komponiert Glant-Musiker Chun Maeda zusammen mit Shinji Orito, Ryu Mutsuzuki und Tomohiro Takeshita. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von Tonbo wurde angekündigt, dass diese mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Besagt, die zweite Staffel startet nach aktueller Planung im Herbst diesen Jahres im japanischen Fernsehen und setzt die Geschichte der ersten Staffel, welche mit der 13. Episode endete, fort. Konkrete Details zur Produktion, wie etwa die Mitwirkenden oder das Animationsstudio, sind noch nicht bestätigt. Die Serie, die zwischen April und Juni im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, steht im Originalton mit deutschen Untertiteln bei Akiba Pass TV, ADN und Aniverse zur Verfügung. Der originale Manga von Ken Kawasaki und Yufo Sawa ist hierzulande bislang nicht erhältlich. Auf der offiziellen Webseite der Anime-Adoption von Yakuza-Fiance Race War Tanninga 2 wurde verkündet, dass diese ab Oktober im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Anime-Adoption der gleichnamigen Manga-Reihe von Asuka Konishi entsteht unter der Regie von Toshifumi Kawase im Studio DIN, während Utsuko Takeda das Charakterdesign beisteuert. In den Hauptrollen des japanischen Sprecher-Casters sind Akira Ishida als Kiyoshima Miyama sowie Hitomi Oeda als Yoshino Sumei zu hören. Yoaki Tsutsumi und Masato Tsutsuki komponieren die Musik. Der Manga erscheint hierzulande unter dem Titel Yakuza-Fiance – Verliebt, Verlobt, Verpiss Dich – durch den Verlag Manga-Kult. Auf dem Twitter-Account der Anime-Adoption von der Irregular at Magic High School wurde vor kurzem angekündigt, dass diese mit einem Film fortgesetzt wird. Der neue Film spielt nach dem Ende der dritten Staffel und adoptiert den Yotsuba Succession Arc aus der originalen Light Novel-Reihe. Konkrete Details zur Produktion oder ein Termin für den Kinostart in Japan stehen bislang noch aus. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Die ersten beiden Staffeln, welche zusammen aus 39 Episoden bestehen, sowie der erste Film mit dem Titel The Girl Who Summons The Stars, sind durch KSM Anime auf Blu-Ai erhältlich. Hardball-Films gab bekannt, dass man sich die Lizenz an dem Action-Film Redline gesichert hat und diesen in HD auf Blu-Ai veröffentlichen wird. Der 103-minütige Originalfirm wird nach aktueller Planung noch im Laufe diesen Jahres mit deutscher Synchronisation sowie in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf DVD und Blu-Ai in den Handel kommen. Ein konkreter Termin sowie weitere Details stehen bislang noch aus. Redline entstand unter der Regie von Takeshi Kiyoke, welcher auch das Charakterdesign erstellte, im Studio Madhouse. Der Film feierte 2009 seine japanische Premiere im Kino und wurde hierzulande erstmals 2011 durch KSM Anime mit deutscher und japanischer Synchronisation auf DVD, die seit mehreren Jahren restlos vergriffen ist, veröffentlicht. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Anime-Adoption von I'm a Noble on the Brink of Ruin, so I might as well try, Mastering Magic, wurde verkündet, dass dies im Januar nächsten Jahres im japanischen Fernsehen anläuft. Der Anime, welche eine Adoption der gleichnamigen Fantasy-Novel von Nasuna Miki darstellt, wird unter der Regie von Kinechi Ishikura in den Studios Dean und Marvy Check produziert. Ero-Manga-Sensei-Serien-Composer Tatsuya Takahashi schreibt das Drehbuch des Anime, während Midori Otsuka das Design der Charaktere beisteuert. In den Hauptrollen des japanischen Sprecher-Castes sind Ayumu Morase als Liam, sowie Tomokazu Sugita als Radon zu hören. Haoka Tomatsu spricht den Charakter Asuna. Durch die Öffnung einer neuen Webseite wurde bekannt, dass die Fantasy-Light-Novel Once Upon a Witch's Death – The Tale of the One Thousand Tears of Joy eine Anime-Adoption in Form einer TV-Serie erhält. Der Anime entsteht unter der Regie von Atsushi Niko Rikawa im Studio MT Squad. Yogi Shisuku, welcher für die Key-Animation bei Call of the Night zuständig war, steuert das Charakter-Design bei. Die gleichnamige originale Light-Novel von Saka wurde mit Illustrationen von Korofuchi am 17. Dezember 2021 in den japanischen Handel gebracht. Eine Manga-Adoption von Kino Ame Reirei erscheint seit März 2023 im Dengeki-Comic Regulus-Magazin. In den Hauptrollen des japanischen Sprecher-Castes sind Yoshino Aoyama, bekannt als Hitori Goto in Bochi the Rock, als Mac Raspberry, sowie Yoshiko Sakakibara als Faust zu hören. Die Fantasy-Serie startet im Laufe des nächsten Jahres im japanischen Fernsehen. Durch die Öffnung einer offiziellen Webseite wurde kürzlich bekannt, dass die Mangerei Bad Girl eine Anime-Adoption in Form einer TV-Serie erhält. Bad Girl entsteht unter der Leitung von Regisseur Takeshi Furuta im Studio Bridge und handelt von You, welche alles versucht, um die Aufmerksamkeit ihres Lieblings-Senpais aus dem Disziplinarausschusses auf sich zu ziehen, selbst wenn sie dafür zum Bad Girl werden muss. Weitere Details, wie etwa ein Starttermin oder Informationen zum Sprecher-Cast, stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Wir halten euch natürlich wie gewohnt über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden. Die gleichnamige originale Manga-Reihe von Mangaka Nikomaru wird seit Dezember 2020 im Manga-Time-Kihara Karat-Magazin von Hubun-Sha veröffentlicht. Der vierte Band kommt nach aktueller Planung am 25. Juli in den japanischen Handel. Den Manga gibt es weder auf Deutsch noch auf Englisch zurzeit. Das war unsere Rotakunos-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen ganzen Daumen nach oben, Kommentare in die Kommentare und ein Abo wäre ebenfalls cool. Drückt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und somit immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne natürlich auf unserem Discord-Server besuchen, uns per Paypal, Patreon, einer YouTube-Mitgliedschaft oder seit neuestem auch mit einem Super-Sanks unterstützen. Link dazu unten in der Videobeschreibung oder ganz einfach, ihr teilt dieses Video und empfiehlt uns, euren Freunden weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. 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 Ciao.